Grüß euch, Madeka hier. Es folgt jetzt ein Video mit dies und das zum Ende der Wege, des Wegs der Tapferkeit und der Riesen. Das ist ja schon gewohnt jetzt, dass ich dann immer die Bedrohungen abhole. Ja, ich habe mir die beiden jetzt am Ende und zwar genau heute gekauft, habe ich immer vorgehabt. Ihr werdet so wahrscheinlich mitgekriegt haben, oder ich weiß gar nicht, ob sich das überall herum gesprochen hat, dass jetzt ab dem nächsten Weg, also der Morgen beginnt oder für die meisten heute. Gibt es wieder neue Bedrohungen, also ich habe es eh schon, ich habe es mir schon durchgeschaut. Ich werde es mir dann in einem Video noch ein bisschen durchgehen, also werde es mit euch gemeinsam durchgehen, wenn er nicht ganz so genau wie den letzten, weil im Endeffekt kommt es darauf raus, also läuft es darauf raus, dass die Spieler, die ein Geld ausgeben für das Spiel, werden sie, egal in welcher Konstellation, die Besse, also macht es Sinn, sie zu kaufen und ansonsten, wenn man kein Geld ausgibt, ja eh logisch, dann kauft man es halt nicht. Also die Frage stellt sich gar nicht wirklich, ob man sich kauft oder nicht. Man kann natürlich rein aus Überlegungen, könnte man sich anschauen, ja welcher ist jetzt besser, welcher ist mehr wert. Und ich sage einmal, der neue, der morgen kommt, wird ziemlich sicher mehr wert sein, als der letzte, der jetzt gerade aktuell ist. Aber im Endeffekt, wenn man was ausgibt, ist auch der jetzige mehr wert als das andere, was man sich kaufen könnte, darum um das Geld im Spiel, außerhalb gibt es natürlich jede Menge Dinge, die mehr wert sind, um nicht zu sagen, so ziemlich alles. Ja, das ist ein Teil, dann schauen wir uns gemeinsam die Turnier-Dev an, für das nächste, für das kommende Turnier. Und ja, es kommen auch Ziehungen. Aber noch nicht bei dem Portal, das mir grundsätzlich wichtig wäre, da Paktbeschwörung. Noch habe ich kaum was dazu gekauft, ich habe 27 Beschwörungen vor dem Portal gehabt. Ein paar Sachen werde ich, glaube ich, kaufen. Es werden, es sind, Castille wird für mich so viel verändern, mythische Titanen sowieso, auch wenn es da nur darum geht, dass ich auch ein gutes Team hätte, sozusagen, mit Castille. Aber der ist auch bei Events stark und ich glaube auch, normal bei Kriegen kann man ihn einsetzen, habe ich zumindest mehrfach gehört. Es sind viele gute Helden, aber ich warte auf morgen, auf dem letzten Tag des Portals, einfach weil es halt immer sein kann, dass ein Geheimheld daherkommt. Und das wäre typisch wieder am Ende eines Events. Auch wenn er aktuell nicht im Spiel abgespeichert ist. Also es ist jetzt nicht angekündigt, aber der Rätisch kann es so sein, deswegen warte ich darauf. Unerzählte Geschichtenportal ist jetzt neu. Ich glaube, habe ich doch über Galapagos schon geredet. Ich glaube zumindest, ja doch, habe ich gemacht. Ich werde da das, was ich jetzt habe, die eine Beschwerung, ja, die mache. Sowohl Forzis als auch Gestalt hätte ich gern, die mache ich jetzt einfach sofort, weil sie gerade reinpasst. Gestalt wäre extrem cool, Forzis wäre sehr cool. Es wird ein Gardaeros mit Kostüm, okay. Habe ich schon gehabt, ist jetzt nicht unbedingt. Was anderes zu erwarten gewesen ist jetzt, Ether-Beschwerung. Und ihr seht, ich habe gar nicht so wenige Alpha-Kristalle, also Entschuldigung, Ether-Kristalle, weil ich die letzten Male nicht beschworen habe. Und ich habe vom letzten Pass am Schluss ist etwas gekommen, wie auch immer. Man kriegt ja jedes Mal, ich glaube, wie viel, zweimal 20, also 20 kriegt man, glaube ich, gratis, oder? Ja, jedes Mal, wenn das Portal kommt. Ja, ich wundere mich jetzt, warum ich so viele habe, weil ich habe sicher das letzte Mal, wie ich gekauft habe, beschworen. Was in dem Zusammenhang jetzt interessant wird, ist, ob beim Weg der Riesen, bei den Belohnungen, bei der untersten, ob da bei den Bonuskisten noch genauso viele Kristalle dabei sind, wie bisher. Ich gehe einmal davon aus, und das waren ja immer entweder ein, fünf und mit ganz viel Glück einmal zehn Ether-Kristalle in diesen Bonuskisten. Es gibt nämlich jetzt ungefähr sieben bis acht Bonuskisten mehr zu holen. Ich glaube, sieben sind es, weil man einfach mehr Punkte kriegen kann jetzt im Pass. Und dadurch könnte es sein, dass die Tatsache, dass man keine Ether-Kristalle mehr direkt im Pfad hat, dass das ausglichen wird dadurch. Bin ja auf jeden Fall gespannt, das kommt dann bei den Beschwerungen. Was sonst oft dabei, bei so einem Abschlussvideo bei mir kommt, ist, dass ich regelmäßig eigentlich diese Alka-Shards da abhole. Jetzt nur damit ihr wisst, was ich da vorhabe, was ich mache. Ich hätte so 13 Kombinationen übrig. Die Sache ist die, ich brauche im Moment nichts, was da rauskommen kann. Ich habe schon lange keinen Heldenberg im Max, also für meine Verhältnisse lang, das wird zwar jetzt wieder kommen und kann sein, dass ich bald Aufstiegs-Mazio-Vierstein-Materialien doch bald wieder brauche. Aber ganz generell ist bei mir das Problem, oder das Problem, das ich am Spiel sehe, ist einfach, dass das darüber hinausgehende, was man braucht, um einen Helden doppelt zu breaken und eventuell dann sogar auf einen Meisterwappen zu geben, dass das so teuer ist, dass ich gar nicht interessiert bin, an Helden normal zu wachsen. Weil, also ein Helden, der mir in der Form einfach nichts bringt, wenn ich nicht ganz raufbringe. Und ich bin aber nicht bereit, für jeden Helden 10 Alpha-Ether rauszuschmeißen, für jeden 5 Stern Helden. Und deswegen habe ich aktuell einfach sehr viele Aufstiegs-Materialien. Ich meine, das ist alles relativ sehr viele für meine Verhältnisse bis vor einiger Zeit. Okay, da kommen wieder die ganzen Angebote. Schauen wir uns das an. Materialien, ja, ich meine, sicher Giftpfeile, okay, würde mir einer fehlen, theoretisch. Aber ganz allgemein ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt schnell öffnen. Das zweite, was ist, gerade durch die Meisterwappen, einerseits habe ich teilweise, bevor sie kommen sind, habe ich mir teilweise Wappen zurückgeholt. Andererseits ist es ja so, dass jetzt in diesen Quests zu den Meisterwappen so viele normale Wappen drin sind, dass ich komplett geflutet bin damit. Also wenn es da schaut, ich habe in keiner Klasse weniger als da die 3.900 und selbst in der Klasse und überall könnte ich notfalls 1,2 Helden, auf jeden Fall 5 Stern Helden, ihnen die Wappen wegnehmen. Deswegen ist alles, was ich da rauskriegen kann, im Moment nicht wichtig. Und ich spekuliere auf Reward einfach mit dem Abholen, weil es ja sein könnte, theoretisch, dass irgendwann einmal die Alka-Schatz verändert werden. Es wird ja nicht nur mir so gehen, dass ich da jetzt nicht mehr so viel rausholen kann wie früher, weil früher waren 30 Wappen, egal welcher Klasse, waren was Feines für mich. Kann sein, dass sie das irgendwann haben, also jetzt gar nicht, ich will nicht sagen, dass es kommt, aber und wenn ich wenig 4 Stern Mats habe und wenn ich irgendwie doch aus irgendeinem Grund wieder, oder wenn ich vielleicht Schriftrollen brauche für einen Turm oder so, dann würde ich vielleicht so sehr wohl vorher kombinieren. Aber ansonsten wartet drauf, ich weiß, was Ihnen einfällt. Es könnte ja theoretisch sein, dass irgendwann einmal Meisterwappen drin sind. Vielleicht gibt es dann keine 30 normalen, sondern ich weiß nicht, 5 Meisterwappen. Und das wäre für mich einfach sehr viel mehr wert. Und deswegen warte ich damit. Ich habe aber deswegen jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr die höchsten Stufen laufen. Wenn ich einmal wieder ganz asymmetrische Verteilungen bei den 4 Stern Aufstiegs Mats habe, dann werde ich das umwandeln, da wieder anwerfen. Bis dahin läuft bei mir, ich glaube, das ist 6b, 5b und 2b oder so. Das ist 4b, 6b, 7b, so müsste es sein. So eine Mischung aus ein bisschen Nahrung speichern und es läuft halt gratis dahin, sonst ein bisschen kostet es ein bisschen Nahrung, aber im Moment habe ich mehr als genug Nahrung, weil ich eben in letzter Zeit keine Helden gelevelt habe und deswegen laufen da die Lager über. So, jetzt füllen wir die Küsten an, machen wir nicht, das wäre zu fad. Gut, das heißt, mein Ziel beim Abholen der Belohnungen ist, schauen wir uns das nochmal an, 152, ich brauche 180 für zwei Zehner. Ich hoffe einmal stark, dass ich mit 14 Bonuskisten, na, das muss fast gehen, da muss ich auf die 180 kommen, eine Lager, weil man ja auch die große Kiste abholt, wo auf jeden Fall welche drin sind. Beginnen wir einmal mit dem Abholen. Bei dem normalen, ich hole diese Bonuskisten, einzelne und die letzte Kiste und dann klicke ich, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich es noch nie aufgespart habe, auf alles abholen und schauen wir an, wie das ausschaut. Wahrscheinlich eh nicht sehr spannend, aber zwölf kleine Bonusthronen. Ah, zu schnell gedrückt, fünf Wappen dabei. Ich habe noch nie etwas Besonderes drin gehabt. Ich erwähne fast jedes Mal, wenn ich das Video aufnehme, dass mir sowohl mehrere Bilder schon geschickt worden sind von Spielern, die dabei ein Vier-Stern-Aufstiegsmaterial gekriegt haben. Weil da jetzt gerade Trainer kommen, vom Spiel, von der Wertigkeit, die Small Giant den Trainern beimisst, ist das ein Riesendut, so ein Trainer. Für uns natürlich nicht, weil ein bisschen Experience für einen Helden ist jetzt nicht das Größte. Aber wenn man sich irgendwelche Angebote anschaut im Spiel, wo Trainer drin sind, dann sieht man an der Preisgestaltung, wie wertvoll die Entwickler Trainer empfinden. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie da, also ob sie das wirklich so empfinden oder uns nur so vorgaukeln wollen, was auch immer, warum sie diese Pässe da jetzt aus der Sicht vieler Spieler eigentlich verschlechtert haben und aus ihrer Sicht aber verbessert, weil eben sehr viele Trainer jetzt drin sind. Viel mehr als vorher. Und wie gesagt, mich reizen es gar nicht. Aber warum man immer glaubt, Small Giant, dass das halt was ist, das jeder haben will oder haben soll. Dass ich drum geiern soll. So, da haben wir nichts. Jetzt die große Truhe. 20 unerzählte Geschichten ist relativ viel. Nicht, dass wir das jetzt irgendwo weiterbringen wird so richtig, aber ist mehr als meistens. Wenn nicht nur Alpha-Ether hinten nachkommt, das könnte klar, das stimmt nicht, das kann nur beim Weg der Riesen sein. Ist natürlich enttäuschend. Und jetzt zum ersten Mal alles abholen. Ich bin gespannt, ob das wirklich einzeln kommt oder ob das teilweise gesammelt kommt, dass alle Nahrungskisten zusammen und so oder alle Tränen, aber bei so vielen verschiedenen gibt es sogar nicht so viele, die holen wir uns alles auf einmal. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Das ist ja lustig. Also ich glaube, das ist abgestürzt. Doch nicht. Hat ein bisschen lang gebraucht von der Reaktionszeit her. Meister Wappen finde ich sehr cool. Geheimtung. Eigentlich, wenn man zusammenzählt, was da jetzt kommt, ist das natürlich eh schon, wie ich gesagt habe, es ist egal, in welcher Variante ist dieser Weg der Tapferkeit natürlich im Verhältnis für einen Geldeinsatz, dass man halt am meisten dafür kriegt, aber... Weilensteins haben wir noch Premium und Gratis entfernt. Oh, ist schon ganz schön viel dabei, muss man sagen. Sehr gut. Also jetzt drüber zum Weg der Riesen. Beenden wir das auch wieder mit einem alles abholen, aber da sind doch in den kleinen Kisten wertvollere Belohnungen drin. Zum einen eben, auch da könnte theoretisch mit viel Glück auf vier Stern Aufstiegsmaterial dabei sein. Vor allem sind aber, also manchmal ist eine kleine Äther dabei, ist auch praktisch, aber vor allem sind immer Ätherkristalle dabei. Meistens einer, manchmal fünf und mit viel Glück, glaube ich, zehn. Und auch mit ganz viel Glück kann man einen Alpha-Äther kriegen. Stehen wir bei sechs, sieben, acht, das könnte besser laufen, neun, zehn. Mitternachtswurz ist übrigens bei mir wirklich der einzige normale, also das einzige normale, farmbare, die einzige Zutat, die wirklich brauchen, das ist bei jedem Eventspieler so. Für mittelgroße Mana, große Mana und für Bombenangriff. 15, 16, 17, 18, ist ein bisschen langsam das Ganze. 19, 20, boah, geht sich das doch nicht aus. 25, 26, naja, ein bisschen mehr hätte es sein können. Jetzt noch die tolle Kiste, hoffentlich toll. Sie war fast noch nie toll, wenn ich das Video aufgekommen habe. Na ja, damals 10er ginge, aber bei 26 oder 27, also reichen oben fünf und die kriegt man, glaube ich, immer. Ja, sogar 20. Das war gut, relativ gut, die obere Kiste. Und jetzt nur das Gleiche, alles abholen. Überhäufe ich mich damit. Mit teuer erkauften Belohnungen. Und der Todor hat es wieder so lang. Keine Ahnung, wo es da jetzt abgefragt wird. Geheimtrunk. Aber jetzt schon, siehst du, 24, 24 Geheimtrunk. Es wird, wenn ich jetzt nicht morgen oder heute noch einen grünen Heldenkrieg, so morgen vor allem der Rogar, dann werde ich, glaube ich, ziemlich sicher meinen, meinen, meinen. Wie heißt der Humbert? Maxen. Das ist jetzt doch ein bisschen gestärkt worden. Und der wäre vor allem praktisch da jetzt beim ganz aktuellen Event. In das schauen wir auch noch kurz rein. Wenn ihr schon sagt, dies und das und alles Mögliche, was gerade so passiert. Aber Alpha Eta waren doch etlicher dabei. Habe ich auch aktuell ziemlich viele. Aber ich bin sparsam, weil ich nicht vorhabe, Alpha Eta so jetzt in absehbarer Zeit zu kaufen. Deswegen hebe ich es mal auf. Genauso auch wie die ganzen Wappen und so für ein paar 3- und 4-Stern, habe ich es bis jetzt eingesetzt. Ansonsten hebe ich es mal auf für Helden, die ich vor allem für Türme brauche. Und ansonsten halt nur, eben wie gesagt, nur für 3- und 4-Stern Helden. Also jetzt zum Event. Und da nämlich, genau bei diesem einen Event ist es ja notwendig, wenn man vor allem mitspielen will, dass man einen Heiler mit dabei hat. Einfach weil der Gegenschlag viele Punkte kostet. Deswegen ist da meistens Jolly dabei. Ich sage, ist notwendig. Da offensichtlich nicht. Er hat gemeint, es ist wichtiger, schnell durchzukommen. Hat offensichtlich auch funktioniert, aber man weiß halt auch nie, welche Levels er damit noch gespielt hat und ob das jetzt immer das Hauptteam war, das er gespielt hat. Ja, aber meistens da ist auch wieder der Heiler. Oder wenn du es sehen, na doch nicht. Ja, und da würde theoretisch, wenn ich da grün spielen würde, und das ist bei manchen Levels, davon würde sie grün anbieten, das wäre über einen grünen Heiler der Zuschlag, so wie Humbert, das wäre auf jeden Fall ein Gewinn. Ah, da ist schon einer da. Das habe ich gar nicht gesehen bei dem anderen bisher. Da wird es vielleicht bei mir werden, mein nächster Held. Und eben mein Ergebnis bei mir habe ich einfach gespielt auf die 4-Stellen-Materialien. Auf Top 1000, Top 500 und Top 100. Was interessant ist von den Punkten, das wird daran liegen, einerseits vielleicht, weil ein paar Spieler, also weil doch laufend ein paar Spieler aufhören, auch von den Event-Spielern, oder gerade bei denen hören immer mehr auf, oder haben in letzter Zeit viele aufgehört. Andererseits, weil genau letzte Woche ja das Allianz-Quest war, wo viele Materialien verbraucht worden sind. Deswegen ist es dieses Mal wieder recht leicht reinzukommen. Ich habe das bei der letzten Ausgabe von Zurück zum Heiligtum prognostiziert, dass es so sein wird, und dann ist es überhaupt nicht so eintreten, weil sie wahrscheinlich viele genau das erwartet haben und extra genau das eine Mal Gas geben wollten. Und auch bei mir war das genau ein Versuch auf Top 10 bei 4-Stern. Es ist dann schon gelungen mit, ich glaube, 821.000 oder so, und das war gerade ein bisschen über der Grenze von Top 10. Also es ist gelungen, aber es war ein viel höherer Aufwand, als ich es erwartet habe. Und ich habe mir das da angeschaut, die Punkte sind dieses Mal wieder deutlich unter den letzten. Nicht so niedrig wie beim vorletzten Mal, wie bei der ersten Ausgabe, wo viele gar nicht recht probiert haben, weil es gemeint haben, ja, ist eigentlich nur nervig. Ich glaube, es glauben noch immer viele, dass es nervig ist, das mit einem Gegenschlag, aber ja, zumindest spielen wieder mehrere. Also ich wollte die Levels noch herzagen, nur für das, wenn es interessiert, wobei überhaupt nichts Spannendes dabei ist. Also das sind wirklich teilweise, ich meine, es ist jetzt jeder, da habe ich jetzt abgeschlossen damit und denke mir, okay, passt, völlig egal, ob ich jetzt 500. oder 300. Da bin ich da jetzt auch nicht bei Legendär, habe ich natürlich ein bisschen schon Gas geben müssen, weil da 100 kommt man bei Legendär nicht nur mit einmal brav durchspielen, da muss man schon ein bisschen probieren, wo nachzulegen. Es sind aber trotzdem keine besonderen Scores. Im Verhältnis, das dürfte recht gut sein, 113.000 da, ich glaube, die 71.000 da sind ganz gut, war nämlich ohne Kiste und sonst sind da vorne nur mit Kiste so hohes Kurs. Aber nichts Besonderes. Das ist jetzt das letzte Mal wie, also das war bei dem, wo so viel war, auch da habe ich, also kann man deutlich mehr machen. So, also, jetzt schauen wir rüber und machen einmal ein paar Beschwörungen. Wie gesagt, noch nicht in dem Portal, das mir wichtig wäre. Schauen wir mal kurz zu dem Portal. Da habe ich doch nicht so wenige Beschwörungen nur auf Lager. Die Sache ist nur die, den besten Helden davon, universell besten Mähner habe ich bereits. Und ich weiß nicht, ob ich die anderen wirklich brauche. Jetzt mache ich als Prinzip für das Video eine Beschwerung. Sie sind doch gut, die vorgestellten Helden, aber ja, lebe ich ohne. Und, 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 und. Jetzt kommen die ETA-Beschwörungen. 2 mal 10 Stück. Jetzt weiß ich, warum ich nicht beschworen habe. Und jetzt muss ich kurz Kommando zurück. Kommando zurück. Ich habe, wenn ihr euch erinnert, bei der letzten oder vorletzten Aufstiegsmaterialbeschwerung, weiß nicht, wie wir haben die Kassen, irgendwie Aufstiegsversen wie Beschwerung, sind ja Meisterwappen eingeführt worden. Und das hat sich schon angekündigt und ich habe vorher ein bisschen gewartet und habe extra nicht beschworen. Und ich befürchte, ich habe es jetzt wieder verschrien und werde es trotzdem auch nicht beschwören. Die Sache ist die, ich habe im Moment ein wirklich gutes Lager an Alpha-Ethern. Die habe ich noch, bevor ich aufgehört habe, also bevor ich 33 Tage gar nichts ausgegeben habe und jetzt halt weniger als früher. Davor habe ich einige Alpha-Ether gekauft gehabt. Und wenn ich jetzt reinschaue in mein Lager, was haben wir da? Limitüberschreitung 43 jetzt mit den 9,8. Das heißt, ich brauche in absehbarer Zeit keinen Alpha-Ether. Und auch da, ich habe keine Helden gemaxed. Ich habe auch noch von irgendwann einmal, wenn ich auf Allgemein schaue, wie es damals das Angebot gegeben hat mit Allianz-Vorteilen, da war das ein richtig gutes Angebot. Da habe ich ein Buch der Limitüberschreitung. Also richtig gut ist immer so eine Sache. Das heißt, im Moment brauche ich keine Materialien. Ich brauche nichts, was ich da ziehen könnte. Und deshalb warte ich einmal ab bis zu einem Zeitpunkt. Es kommt eh alle zwei Wochen. Wer weiß, vielleicht wird ja doch irgendwann einmal etwas verändert, dass irgendwas Neues reinkommt. Theoretisch irgendwann einmal Beta-Ether, wer weiß es? Und solange ich nicht wirklich welche brauche, hebe ich mir die auf. Also sorry für das lange Zehn-Wochen, dass Beschwerungen kommen. Es kommen jetzt keine. Dafür mache ich Donuts war. Als Ersatz für die zwei Zehner. Ich habe, seitdem ich jetzt, inzwischen ungefähr 40 Tage, seitdem meine Krisen-Videos kommen sind und ich halt lange Zeit nichts ausgegeben habe, habe ich doch mit aufgesparten Materialien ziemlich viel, also ziemlich viel, aber halt um die 150 Beschwerungen gemacht und habe keinen einzigen Event-Helden in der Zeit gekriegt. Ist kein Spaß für mich. Ja, das muss sich morgen, wenn ich da Beschwerungen ändern. Werden wir schauen, ob ich die aufnehme. Ich weiß nicht, ob morgen genug sonst zu sagen ist, aber vielleicht mache ich es morgen am Abend. Was könnte noch ein Thema sein? Krieg ist nichts Spannendes, glaube ich, gewesen. Wir haben gewonnen, aber zeige es kurz her. Gegen Menace of Sobriety. Ich muss sagen, es ist schon weit verbreitet inzwischen, aber bei diesen nicht so starken Allianzen sind gar nicht so wenige Diaz-Chance und es ist wirklich für ganz viele Spieler ein großes Problem, dagegen zu kämpfen. Das sieht man auch daran an den niedrigen Punkten. Da sind nur 5.000, wir nur 5.400 Punkte. Haben wir alle Angriffe gemacht? Ja, alle Angriffe gemacht. Das ist verglichen zu früher. Da war ja Standard, also ungefähr was damals 6.000 war, ist jetzt 5.000 oder so ähnlich. Kommt mir zumindest so vor. Vielleicht liegt es ja daran, dass unsere jetzige Allianz ein bisschen niedriger angesiedelt ist als die Allianzen, wo ich zuletzt immer war. Aber es waren jetzt mehrere Kriege, auch noch mit Bollmeleit 1, wie es es noch gegeben hat, wo alle Allianzen, wo niemand über 5.500 Punkte gemacht hat. Liegt daran, dass es eben so schwer ist, da durchzukommen. Und das ist ganz Standard, das ist im Wochenende wieder jetzt kein Bloßstellen. Es kann jeden treffen und es wird ja immer wieder alle möglichen Treffen. Mir ist es dieses Mal relativ gut gegangen, aber beim letzten Angriff bin ich auch komplett abgeprallt. Und das könnte genauso gut öfter vorkommen. Und da ist mir vollkommen bewusst, dass das für kleinere Accounts ist. Also ich kriege jetzt immer wieder Anfragen, was kann man tun dagegen, gegen solche defensiven Devs, die so viel überheilen und so. Ja, meine Herangehensweise ist vielleicht aus Augen von manchen verbönte, aber ich glaube, es ist die absolut richtige für einen Account meiner Größe. Und ich glaube, es machen eh schon sehr viele. Ist zumindest 4.1. und tatsächlich spiele ich jetzt dagegen praktisch oft 5.0, also wirklich mit Mono. Einfach, weil Diyo Can so brutal die Überheilung ist, also dass man schwer durchkommt dann, aber es passiert einfach nichts, wenn man nur in Diyo Can rein spielt. Es kommen halt Fleischberge daher für die Flanken und für sich selbst. Aber man hat relativ lang Zeit, solange man mittig spielt, um seine Helden aufzuladen. Und deswegen finde ich, dass der Mono der richtige Weg ist. Also da jetzt bei Kriegsausgleich spiele ich nicht hauptsächlich Mono, also da spiele ich so 3 Teams, also 4.1 oder Mono und 3 Teams ein bisschen anders. Das liegt daran, dass man da ja noch die Helden so wie Pfefferflamme, Sternentäufer, den ich zweimal habe und Erlang Schen sehr gut einsetzen kann im Angriff. Und dadurch reichen das auch 3 Teams teilweise eben mit Pfefferflamme ein 3 Team. Wenn ich die Garantie habe, dass Pfefferflamme dann aktiviert wird, also der Effekt ausgelöst wird, dann reichen da oft 3 Helden. Aber hätte ich diese Helden nicht, würde ich da jetzt aber Equalize also generell eher Richtung 5, also Richtung Mono gehen. Ja, natürlich ist es dann so, dass wenn die Steine nicht kommen, irgendwann nicht, beziehungsweise wenn die Flanken, gerade so bösartige Flanken wie Zitrusholz, die den Plan halt dann total zerstören, wenn die auslösen, bevor die eigenen Helden geladen sind, natürlich hat man ein Problem. Wenn man aber rechtzeitig, wenn man wirklich nur auf den Tank spielt nach Möglichkeit und halt nur einzelne Kombos außen und dann irgendwann einmal seine 5 Helden geladen hat, wenn das die richtigen sind, die gescheit Schaden machen, die durchpreschen können, idealerweise vielleicht nur mit Minion Remover dabei, damit man die auch schadenlos werden kann, ja, dann funktioniert das. In dem Zusammenhang, weil ich mir manchen das schon so gesagt habe, ich habe dann ihre Mono-Versuche gesehen und da spielen manche, ich weiß nicht, sogar mit zwei Heilern. Meiner Meinung nach, wenn ich Mono spiele, spiele gar keinen Heilern normal, maximal einen, also wenn ich Lila Mono spiele, dann spiele ich meistens mit Odile dabei, einfach weil das nur passt, hinten ein bisschen nachschießen und Überlebensfähigkeit und weil ich da jetzt nicht unbedingt viele andere Optionen habe, aber generell ist der Sinn von Mono vorher auszulösen, zumindest drei Gegner wegballern und dann überleben die Helden lang genug, wenn vorher die Gegner nicht ausgelöst haben. Es bringt aber nichts, da jetzt gar sogar zwei Heiler mitzunehmen, weil ich dann trotzdem nicht durchkomme. Mit drei Helden, wenn die gladen sind, komme ich auch bei Mono, auch mit Mono-Steinschaden komme ich nicht durch, wenn der Denk da passiv ist und entweder überheilt oder eben Minions erzeugt und ich müsste also mein Angriffsteck genauso ein zweites Mal ziemlich flott laden. Ich habe halt ein bisschen mehr Zeit fürs zweite Mal laden, aber umgekehrt stehen alle Gegner noch und ja, also ich finde es ist deutlich sinnvoller, bei Mono auf einen Heiler zu verzichten und stattdessen möglichst brachiale Helden mitzunehmen. Natürlich ist es fein, wenn sie etwas aushalten. Also das heißt jetzt nicht, weil ich sage, Überlebensfähigkeit, Heiler ist nicht notwendig. Ist schon gut, die Helden sollen schon zwei, drei Specials vielleicht überleben können. Also nicht jeder Einzelne, aber in Summe des Team soll zwei, drei Specials überleben können. Aber es sollte so sein, dass wenn sie auslösen, dass man einen Gegner wegmähen kann. Ja, ist halt meine Herangehensweise da jetzt. Also gehen wir jetzt zum vielleicht letzten Thema, zum Turnier. Wir haben Bonusbooster, fünf Stern ohne blau. Ich sage einmal, in meinem Account bietet sie einmal auf jeden Fall Hartor mit Abstand am besten an. Ich habe sie da jetzt noch nicht umgestellt, weil sie nur im Krieg, weil sie sie im Krieg benutzt habe. Ich werde sie jetzt umstellen. Ich glaube schon, dass es in dem Fall besser ist. Jetzt muss man schon mal schauen. Die richtige Truppe dazu. Ja. Insgesamt finde ich ja schon meistens die sofortige Heilung besser. Die anderen Helden da nutzen das jetzt nicht unbedingt aus. Es ist jetzt nicht so wie früher oft, dass da zum Beispiel ein Shavu Jing steht. Könnte natürlich prinzipiell aufstellen, aber ich glaube, dass diese Helden, die ich da habe, einfach schon stärker sind. Die einzige Frage, die sie mir stellt ist, also für mich ist gegeben, dass ich die so benutze. Mena ist einfach wirklich so entscheidend oft als Flanke, wenn man eh logisch tut, dass man sich das Flanke aufstellt. Die einzige Frage, die für mich ist, ist, ob Zitrusholz oder Demilion als Flanke oder außen stehen soll. Jetzt natürlich ist Demilion ein bisschen stärker, wenn er als, mir fällt es mal schwer, ihn zu sagen, aber gut, Lune, Lune ist auf Französisch, das ist eigentlich sie, das wäre eigentlich nicht passend, dann müsste ich sie sagen, die Mond, naja gut, aber es ist ein R, ist irgendwie vielleicht blöd gemacht, finde ich, aber gut, wenn man schon französischen Namen gibt, dann sollte es eine Frau sein. Auf alle Fälle, wird Demilion als Flanke mehr Sinn machen, vom Aufladen her. Die Frage ist für mich nur, wo Zitrusholz am zerstörerischsten ist. Zitrusholz soll halt noch Möglichkeit bei einem mittelguten Bord für einen Angreifer auslösen, bevor die Helden geladen sind, und ich befürchte, dass das außen nicht oft genug der Fall ist. Also wenn der Angreifer ein wirklich schlechtes Bord hat, dann reicht es auch außen. Die Frage ist, ob es dann notwendig ist. Aber wenn er ein richtig schlechtes Bord hat, dann ist die DEF, glaube ich, mit Mena, ja, sowieso stark, also wenn es uns Mena auslöst, zu dem Zeitpunkt. Ich könnte natürlich jetzt sagen, gerade das, gerade weil Mena auch dabei ist, das sollte jetzt ein Grund sein, dass ich doch Demilina als Flanke stelle. Schimmerschuppe dort auf die 1 und Zitrusholz auf die. Ja, könnte ich mir überlegen. Hm, wird dann Schimmerschuppe das Wachstum kriegen, was schon noch mehr wert ist, als wie von Mena den Boost. Ich glaube, das mache ich jetzt doch. Dann stellen wir das doch um. Also generell Bonusbooster. Ich würde jetzt in der DEF bei den Helden das nicht übertreiben mit dem Boost-Effekt. Natürlich, von diesen möglichen guten Denkst, die es so gibt, haben viele sowieso Verzauberungen dabei und natürlich macht es dann Sinn, dass man sie benutzt, dass man sie einsetzt. Man würde sie sowieso spielen. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, in der DEF irgendwie ganz bestimmt die Helden zu spielen, genau wegen dem Bonusbooster. Warum? Weil, auf die Truppen schau ich dann später. Noch einmal. Weil der Bonusbooster ja plus 20% ja auf den Angriff gibt. Das ist aber bei der DEF fast nur für Special relevant und wie wir schon wissen, erhöht das, ich sage es ja fast jedes Mal, wenn irgendwo ein Angriffsboost vorkommt, erhöht das einfach den Schaden von 390% auf 410% in dem Fall bei Mena. Eben insbesondere nicht den Angriff. Also es ist nicht so viel wert. Im Angriff ist aber der Bonus sehr wohl viel wert oder mehr wert, viel mehr wert, weil im Angriff der Steinschaden tatsächlich um die 20% geboostet wird. Weil Steinschaden, ein Steinschaden, also ein Stein entspricht einfach 100% des Angriffs von dem Helden in der Farbe, den man mit hat. Wenn man mehrere Helden mit hat, wenn man 3 mit hat, sind es halt jeweils 100%. Und wenn das aber um 20% erhöht wird, ist im Verhältnis viel mehr wert von 100 auf 120 und dann treffen wir meistens drei Steine auf einmal, manchmal noch mehr. Das heißt, Steinschaden im Angriff wird überproportional geboostet von diesem Bonusbooster und deswegen macht es da eher Sinn. Jetzt ist eher das Problem im Angriff, gibt es vielleicht nicht so viele Helden, die man da gut ausnutzen kann. Also schon manche, aber so meine üblichen Angriffs-Teams sind jetzt nicht so viele Booster bei. Mein Lieblings-Mono-Angriffs-Team mit dem ich sehr viel spiele, da ist sowohl ein fetter Booster bei. Da hätten wir da Dolores. Da gibt es nämlich zwei Stapel für jeden Helden. Also jeder Mitangreifer kriegt zwei Stapel und sie selbst kriegt eben die Verzauberung. Da kommt ganz viel Schaden. Das wird wahrscheinlich für mich, ich meine, ich muss mal anschauen, wie das läuft, aber wird bewirken, dass ich so ein Team Dolores in 4-1 gut spielen kann und trotzdem durchkomme. Also ich glaube, dass da trotzdem genug Schaden entsteht, auch wenn ich irgendwie einen fünften Helden als Kontrollanteil dazu gebe. Weil sonst, generell, ich bin für Raids gegen Top-Devs ein Fan von diesem Team. Ich komme wirklich gegen Teams mit Nautica. Ihr seht, da habe ich ein Ogima dafür und genauso ist ein Ogima für Diyo-Chan dabei. Komme ich relativ gut durch und auch aufgrund von Ogima brauchen alle nur sieben Steine. Wenn der Bank, der Denk passiv ist, hat man einfach Zeit, die zu kriegen und wenn man es rechtzeitig kriegt, bevor die Helden wegsterben, dann gewinnt man damit. Fürs Turnier, naja, ich meine, meine Ziele sind normalerweise hoch. 25-0 kann man sich nicht erwarten, wenn man Mono spielt. Deswegen werden wir schauen, gegen Top, ich glaube, dass ich im Turnier dann gegen wirklich Top-Devs, gegen sehr starke Devs werde ich vielleicht sowas spielen, gegen so typische, ich weiß nicht, da kommen immer Thun-Devs mit nicht so geschickt aufgestellte Thun-Devs, dagegen werde ich irgendwie ganz normal 3-2-Spielen mit schnellen Helden, die drauf lospracken. So, da, also, kann ich doch nicht aufs Video draufschreiben, groß mitbeschwerden, wenn man mitbeschwerden kann, ich kann schreiben, einzelne habe ich gemacht, aber tatsächlich kommen morgen für mich die Wichtigeren. Na gut, dann wünsche ich einen schönen Wochenbeginn, bis bald einmal, Tschüss.